Moin Moin und hallo Leute nach Prozent von 25 Parts haben wir es zu Ende gebraucht und Crazy Lamp eingebautet Prozent bisher untergekommen ich hab dich doch nur teleportiert was ist ja nicht passiert was wird auch noch nicht Prozent versammelt zu gehen auf den Markt aus dem Weg an ich kann mich nicht bewegen ich liege immer noch ein paar Prozent Prozent hier wenn ich wenn ich die Hälfte genutzt er ist das schreibe ich nur irgendwas um ein Gott der Entschluss am eine Leiche gefunden Prozent 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 die Schmerz der Leiche und ich bin Künstler und wie sie sehen diese Leiche die Prozent Prozent kein versteckter Trick du musst an einer und was soll das denn du musst du mit der Ecke entgeht das guck mal ich hab den Kopf mann die Welt ich bin nur noch nicht tot zersägen wir sein Oberteil dann kommt da genau wenn du mein Kopf ganz ein Bruder vielleicht hat er dann was wir konnten wie der Kopie die ist bin jetzt komplett eingebüttelt fast dein Kopf geht guckt raus aber in keinem die Zubulde aber kein geschieben und manche machen wir mit auf bei welchen Helmut es nicht bis dahin ab ganz plötzlich leckte noch mal schlafen müssen noch mal machen okay ich gehe zu schaffen von 9 und wird jetzt geht es erst erst wieder ich bin der Kalle wir sind wie er auch er hätte auch gedacht er muss sich nicht mehr okay wir schlafen er tut man hier die Karte bei Karte ist und wieder hin dass keine schlafen ich habe keine Dinger Kluge der Mann nicht immer Warte entgebe ich mir zwei so recht mal der Headstock machen Timo Wasch, Carbillstone so okay wo's mein Bett Achso wir haben da paar Diamanten gefunden falls ihr euch wundert dass ich 5 in Inventar hab ey werd den Block dahin gemacht so nur 335 in Inventar wir haben Diamanten gefunden Wer ist aus dem Bett? Danke Lukas Wenn wir können mal aufhören Kannst mir wenigstens mein Bett wiedergeben Achso hab ich's mitgenommen Sorry Lukas du bist echt witzig wir wollen dass der Regen aufhört Also geht Ja 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 You can only sleep at night Hä die Nacht ist schon vorbei Das regnet immer noch Könnt ihr mit mal aufhören mit diesen Betten Ihr seid ja noch Dann mach ich mir halt ein neues Bett Ihr seid noch schlimmer als Kleinkinder Nein die sind keine Weile Das ist unsere Die darfst du nicht benutzen Das ist für's Bauernhaus Jetzt können wir auch Ey jetzt komm Jetzt schlaf ich in nem Doppelbett Oha schon verheiratet Bloß das eine ist heller als das andere Ja Verheiratet wird schnell Selbst Oh und das regnet Ja sozial So Ich hoffe für euch das unser Haus und das Bauernhaus nicht verbrennt Ja hoff ich auch Deswegen Lukas Weil wir nicht schlafen gegangen Wollen wir in die Mine und der sind ja auch Wenn unser Bauernhaus wenn unsere Bauernhaus verbrennt dann ist das halt so Ähm Ja Wollen wir in die Mine Und wer erstellen wir weit weg Wenn wir weit weg von dem Haus gehen Dann wird uns da auch nichts mehr passiert dann wird das nicht mehr mitgespeichert und dann Dann wird das auch nicht abfangen. Eija. Ja, das hast du dir jetzt ausgedacht, Lukas. Nein. Doch, hast du. So, ich fahr in die Mine. Oder wo wollt ihr hin? Heute. So, heute gehen wir mal ins... äh, irgendwo hin. Ähm. Wir haben noch nicht genug Glas. Oh, können wir nicht schlafen oder irgendwie so? Keine Idee. Den. Slash. Weaver. Nein, es geht nicht. Sunny. Geht das? Nein, es geht nicht. Boah. Es hat mir echt mein Plugin draufhören, dass man Regen ausstehen kann. Ja. Ey, guck mal ein Affe-Käfig. Ein Affe-Käfig. Was? Ein Affe-Käfig. Mal. Da ist ein Affe. Ah, hat Affe es ausgebrochen. Ach so, du meinst mich. Das war gemein. Nein, äh, ich... Ich korte uns drei Brote. 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 Ich wollte schon Brote sagen. Brote. Ja, machen wir eine Brotstour. Richtig. 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 Ja, kommt hier hoch. Ich hab gedacht, du wärst unten. Ja, ich will mein Boot haben. Mein Boot ist hier in der Mitte da gewesen. Juhu. So, und ihr wisst ja die Türen öffnen. Ja, wenn ich mich erinnere, muss das mal einen Ankerer machen. Dann geh ich mal kurz aus dem Boot raus. Nein, das kann man auch selber machen. Danke. ja immerhin doch die zweite Woche ja nach die Schuhen zu ich bin nicht so dumm wie immer denkt Prozent doch Prozent nun heute hier meine Gefährten Dr. 5 die Füße die ich glaube mit Wurzeln waren der Kuh mein neuer Inventor die Städte wartet auf mich bei den Lampen übernimmt die Führung wo wollen wir denn hin geradeaus immer geradeaus aber ich muss immer um solche viel schneller als ich weil wir es er ist ich krachte ich mir ein paar etwas zum B zwei Zombies Ausweichmanöver Bremse nach links Schafe Linkskurve da Apropos Schafe Schafe Linkskurve und dort und nein ein Hühnchen ist versägt Bambus ja hier sind Schafe hast du eine Schere dabei Timo ja aber es sind schwarze nein 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 hier sind richtig viele Weiße noch nein mein Boot ist kaputt ey Timo ist dein Boot auch schon Schrott? nein ist deinem schon Schrott? ja hey Lukas hat dein Boot zu Schrott gefahren wegen der Zombies und so er hat neue Bücher da hat die Bücher er hat man die Traffin in den Ruhlern ich weiß nicht mehr was wir sind wir sind hier wieder ah bei er geht nicht um ja genau die gibt es das mpc doch dass wir gestört haben mpc wie lange nehmen wir genau 8 Minuten hey da, ein eben eine Fahrung, Punkt ja, Punkt eine Fahrung, Punkt hä, wieso ist da? Timo, hier ist der Tag der Backen ja, ich weiß, der Wasserbacken was? hey, wir fahren mal hier auch durch die Bambus da, ich hab' schon gesehen, er hat jetzt Waisi, wo bist du grad? Mann, ich bin ganz am Ende ah, da sind noch die Überrasse von hier hinten da sind noch die Überrasse von MPC-Dorf ah, die Kirche steht hier auch noch hey, da ist noch voll hey, crazy, du weißt, dass du ein Boot hast äh, was? du hast ein Boot, ne? ja, mein Boot ist kaputt ich hatte dir ein neues gegeben ich hab' dir ein neues gegeben ich hab' dir ein neues gegeben und tatsächlich ha, 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 ha wo ist blau hey Timo, wo bist du? äh, ich bin hier durch diese Palmschleuse gefahren durch diese Bambusschleuse ich bin hier dabei ah, fuck, ey verschneller scheiß Boot oh mein Gott ähm lag gegen aber Moment mal kurz, ich mach' ne aber es wird oft zu lang wovon wir eigentlich sind ein Boot ist Schrotz aha ich bin der einzige noch mit einem Heil im Boot aber ich werde es opfern ne, 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 ich schade, man kann irgendwie nicht so diese Kante hinauffahren so gut danke, jetzt hab' ich ein Boot meins äh, du stehst in der Luft warte mal kurz, ich mach' mal kurz den Kappesgleich du stehst bei mir in der Luft so, wir dann nein, 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 nein ich werde abgetrieben ey, das sind noch die Holztreppen, ne? doch ja, ich hab' die Kante hochgeschafft ja, eine Rockbench die hab' ich da hingestellt hier sind aber zwei Leute egal ich bin grad auf dem ey, sehr richtig geil ich bin grad auf dem Boot gefallen und jetzt ich sitze hier hier ohne das Boot und das Boot schwimmt weg und ich sitze immer noch so ja, weil die teleportiert hat, man ey, wo bist du? warte, ich möchte zu dir ey, tp, mich auch mal zu ihm warte sag mal, ey, du sitzt im Boot ey, deine Beine sind durch'n Boot durch deine Beine kommen unten auf'n Boot raus wusstest du das nicht, dass das so ist? was ist das richtig? ey, tp, mich mal ey, tp, mich mal tp, mich mal meine Hose stippt nur nach vorne ab ey, Timo, tp, mich mal ey, Tp, mich mal oh, goll ja äh, krass äh, deine Hose ist noch gerade nach unten drin, gerade gewesen ist die ganze Zeit warte mal ich lauf hier so im Sitzen rum irgendwie nein, irgendwie bist du bei mir im Boot ja, nein, ich laufe, ich bin aber oh, hier guck mal jetzt ey, guck mal, wie er geht er geht im Boot ey, guck mal mich an, ich seh, meine Beine sind so komisch ey, liegst du gerade auch? ja ich weiß aber noch nicht, wie ich die Folge nennen soll fahren mit Booten ey, hier regnet es nicht, wo ich bin, ach ja, hier ist Wüste ja, eine Wüste ja, eine Wüste Wasserburg boah ach, diese Ruhe ich spiele immer noch auf F5 diese Ruhe ist vorbei ja, wie kann man so schön spielen dann gehst ja kaputt, boi ey, hast du, ähm, hast du gerade ne Dings dabei, ne Axt können wir die, ähm, Feuer, die, die Treppen noch mitnehmen, na gut die Blöcke, die aus den Treppen rauskommen naja, ich mach hier nen Cut und sehen wir uns beim nächsten Mal äh, paar abschließende Worte ja, okay, ähm, ciao, ciao jetzt, ciao wow, hurra, out of memory, ich bin raus ciao